Überhandeln und Typ 1 Diabetes heilen Typ 1 Diabetes ist eine Erkrankung, bei der der Körper nicht genügend Insulin zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels macht. Typ 1 Diabetes wurde früher insulinabhängige Diabetes oder juvenile Diabetes genannt. Während der Verdauung wird das Essen in grundlegende Bestandteile zerlegt. Kohlenhydrate sind aufgeteilt in einfache Zucker, vor allem Glucose. Glucos ist eine kritisch wichtige Energiequelle für die Zellen des Körpers. Um Energie zu den Zellen zur Verfügung stellen, muss das Blut Glucose zu verlassen und in den Zellen erhalten. Insulin im Blut unterwegs signalisiert die Zellen Glucose aufzunehmen. Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert. Bei hohen Konzentrationen von Glucose im Blut steigen, wie nach einer Mahlzeit, produziert die Bauchspeicheldrüse normalerweise mehr Insulin. Diabetes Typ 1 tritt auf, wenn einige oder alle der Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Dies lässt die Patienten wenig oder kein Insulin. Ohne Insulin ansammelt Zucker in den Blutkreislauf, anstatt die Zellen eintreten. Als Ergebnis kann der Körper nicht diese Glucose zur Energiegewinnung nutzen. Darüber hinaus verursachen die hohen Niveaus von Glucose, die im Blut bleiben übermäßige Urinieren und Austrocknung und Beschädigung Gewebe des Körpers. Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Dies bedeutet, es beginnt, wenn das Immunsystem des Körperzellen in den Körper angreift. Bei Typ 1 Diabetes, zerstört das Immunsystem Insulin produzierende Zellen, Beta-Zellen, in der Bauchspeicheldrüse. Warum das Immunsystem die Beta-Zellen angreift, bleibt ein Rätsel. Manche Menschen sind genetisch auf die Krankheit prädisponiert. Das bedeutet nicht, dass sie notwendigerweise die Krankheit zu bekommen. Es bedeutet nur, dass sie eher zu tun. Etwas in der Umgebung, wie insbesondere viraler Infektionen oder etwas über die Ernährung, auslösen können diese Autoimmunerkrankung bei Menschen mit einer genetischen Prädisposition. Typ 1 Diabetes ist nicht durch die Menge an Zucker in der Ernährung einer Person verursacht, bevor die Krankheit entwickelt. Typ 1 Diabetes ist eine chronische Krankheit. Es wird am häufigsten im Alter zwischen 10 und 16 diagnostiziert. Typ 1 Diabetes betrifft gleichermaßen Männer und Frauen. Symptome Erste Symptome Symptome in der Regel kommen plötzlich und stark. Typischerweise sind die prominentesten Symptome übermäßigen Harndrang und extremen Durst. Dies ist, weil die erhöhte Glukose im Blut, die Nieren verursacht mehr Urin als üblich zu schaffen. Verlieren mehr Flüssigkeit im Urin macht eine Person dehydriert. Und Austrocknung führt zu großen Durst. Kinder können starten sie das Bett wieder nass. Gewichtsverlust, ohne Verlust des Appetits, ist ebenfalls üblich. Der Gewichtsverlust ist zum Teil auf Austrocknung durch. Wasser hat Gewicht. Stellen Sie sich eine Gallone Kugwasser halten, es etwa 8 Pfund wiegt. Menschen mit 9, kann zu einer unkontrollierten Diabetes Typ 1 eine Gallone Wasser vor Austrocknung verlieren. Andere häufige Symptome sind Schwäche, Müdigkeit, Verwirrtheit, Übelkeit und Erbrechen. Diese Symptome können sowohl durch Austrocknung und durch eine sogenannte Ketoazidose verursacht werden. Ketoazidose tritt auf, weil Zellen nicht die Glukose sie für Energie benötigen, verwenden. So haben die Zellen etwas anderes zu verwenden. In Reaktion auf die niedrigen Insulinspiegel, produziert die Lebe eine alternative Kraftstoff genannt Ketone. Ketone sind eine Art von Säure. Als sie ein Blut aufbauen, ist es Ketoazidose nennt. Ketoazidose können Herzprobleme verursachen und beeinflussen das Nervensystem. Innerhalb weniger Stunden kann es eine Person, die Gefahr Koma oder Tod bestraft. Chronische Symptome Selbst nachdem sie diagnostiziert und behandelt, können alle Körpersysteme beeinflussen Diabetes Typ 1 begonnen. Es ist weniger wahrscheinlich, um den Körper und verursachen Symptome zu beschädigen, wenn der Blutzuckerspiegel auch durch Behandlung kontrolliert werden. Die schweren und potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen, die mit Typ 1 Diabetes auftreten können, gehören. Hypoglycemia kann auftreten, wenn zu viel zuckersenkende Arzneimittel eingenommen. Manwirt oder Mahlzeiten werden übersprungen. Die Symptome umfassen Schwäche Schwindeln Zittern Plötzliche Schwitzen Kopfschmerzen Verwechslung Reizbarkeit Beschommene oder doppelte Sicht Hypoglycemia kann zum Koma führen, wenn sie nicht durch Essen oder Trinken Kohlenhydraten korrigiert wird. Glucagon ist eine Substanz, die die Lebefreisetzung Glukos in den Blutstrom ermöglicht. Eine Injektion von Glucagon kann auch richtige Hypoglycemia Diagnose Typ 1 Diabetes wird durch eine Kombination von Symptomen, das Alter einer Person und Bluttest diagnostiziert. Die Bluttests umfassen Tests für Zuckerspiegel und für andere Stoffe. Nüchtern Plasma-Glucose, FPG, Test Das Blut wird nach dem Fasten über Nacht in den Morgen. Normalerweise Blutzuckerspiegel bleiben zwischen 70 und 100 Milligramm pro Deziliter, Mgdl. Diabetes diagnostiziert wird, wenn ein nüchtern Blutzuckerwert liegt bei 126 Mgdl oder höher. Oralen Glukosetoleranz-Test, OCT Blutzucker 2 Stunden gemessen nach 75 Gramm Glukose zu trinken Diabetes diagnostiziert wird, wenn die 2 Stunden Blutzuckerspiegel von 200 Mgdl oder höher. Zufällige Blutzuckertest Ein Blutzucker von 200 Mgdl oder mehr bei jeder Tageszeit mit Symptomen von Diabetes in Kombination ausreicht, um die Diagnose zu stellen. Hämoglobin A1c, Glyko-Hämoglobin Dieser Test misst die durchschnittliche Glukosespiegel in den vergangenen 2 bis 3 Monate. Diabetes diagnostiziert wird, wenn das Hämoglobin A1c-Niveau von 6,5% oder höher. Erwartete Dauer Typ 1 Diabetes derzeit ist eine lebenslange Krankheit. Die Menschen müssen mit Typ 1 Diabetes regelmäßige Check-UPS. Sie müssen sorgfältig ihren Blutzuckerspiegel jeden Tag zu überwachen. Sie müssen Insulinbehandlung während des gesamten Lebens erhalten. Eine kleine Zahl von Menschen können Ausnahmen von dieser Regel. Manche Menschen mit Diabetes benötigen schließlich Nierentransplantation. Eine Transplantation der Bauchspeicheldrüse oder der Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, genannt Önseln, manchmal wird gleichzeitig durchgeführt. Da die neuen Bauchspeicheldrüse Insulin machen können, kann dies die Heilung von Diabetes. Auf ungewöhnliche Gelegenheiten, wenn Typ 1 Diabetes jemand sehr schwer ist, mit den verfügbaren Behandlungen zu kontrollieren, werden selbst kann Bauchspeicheldrüse oder Inseltransplantation durchgeführt, wenn eine Nierentransplantation nicht notwendig ist. Allerdings ist dieser Ansatz noch experimentell und wird im Allgemeinen nicht empfohlen. Wissenschaftler haben kürzlich spannend, aber noch experimentell neue Wege berichtet, die Bauchspeicheldrüse für die Förderung wieder zu beginnen, ihre eigenen Insulin produzierenden Beta-Zellen zu erzeugen. Verhütung Es gibt keine bewährte Methode, Typ 1 Diabetes zu verhindern. Vitamin D-Mangel, die sehr häufig ist, kann das Risiko von Diabetes erhöhen. Jedoch hat der Mangelkorrektur bisher noch nicht Diabetes zu verhindern gezeigt. In ähnlicher Weise kann vermieden werden Gummilch während der Kindheit möglicherweise Typ 1 Diabetes bei genetisch anfälligen Säuglingen zu verhindern. Aber es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass diese die Krankheit verhindert. Behandlung Die Behandlung von Typ 1 Diabetes erfordert tägliche Insulin-Injektionen. Die injizierten Insulins macht für die Insulin, die nicht vom Körper produziert wird. Die meisten Menschen mit Typ 1 Diabetes müssen 2 vor 4 Injektionen pro Tag. Menschen mit Diabetes Typ 1 müssen beide ihre Nahrungsaufnahme und deren Dosis Insulin richtig zu regulieren. Wenn eine Person auf ihre Nahrungsaufnahme zu viel Insulin im Verhältnis nimmt, oder wenn sie vergessen zu essen, können sie gefährliche Hypoglykämie entwickeln. Wenn sie zu wenig Insulin nehmen, oder zu viel essen, können sie Ketoazidose entwickeln. Um Menschen mit Typ 1 Diabetes richtig ihre Insulinaufnahme regulieren müssen, ihren Blutzuckerspiegel mehrmals pro Tag zu überwachen. Sie tun dies, indem man eine Probe von Blut zu testen. Sie müssen ihre Finger stechen und einen kleinen Tropfen Blut auf einem Teststreifen platzieren. Der Teststreifen wird in ein Gerät eingesetzt, um einen Glucosemonitor bezeichnet. Eine genaue Messung des Blutzuckerspiegels wird innerhalb von Sekunden zurückgegeben. Neuere Glucosemonitore haben Teststreifen, die das Blut von der Stelle direkt nehmen, die stachen wurde. Dieser Prozess erfordert weniger Blut. Andere Monitore erlauben Blut aus dem Unterarm, Oberschenkel oder die fleischigen Teil der Hand genommen werden. Dies kann weniger schmerzhaft sein. Einige Leute benutzen eine Spritze für Injektionen. Andere Patienten verwenden halbautomatisch Injektortens, die genauen Mengen von Insulin zu messen helfen. Eine zunehmende Zahl von Patienten verwenden Insulinpumpen. Insulinpumpen liefern eine geregelte Dosierung von Insulin durch eine Nadel unter die Haut implantiert. Die Insulinpumpe ist in einer Packung auf dem Körper getragen. Einige Pumpen umfassen einen Sensor, der ständig den Blutzucker misst und stellt die Insulindosis entsprechend. Ob Geräte mit solchen Sensoren zu einer besseren Gesundheit führen, ist noch nicht sicher. Schnell wirkendem Insulin kann nach Bedarf getroffen, abhängig von der Menge an Kohlenhydraten eingenommen. Ihr Arzt oder Ernährungsberater finden Sie die besten Insulin- und Diätplan für Sie oder Ihr Kind zu ermitteln. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wichtig für alle, aber vor allem für Menschen mit Diabetes. Eine gesunde Ernährung für jemanden mit Typ 1 Diabetes hält nicht nur die Menge an Glukos im Blut relativ konstant. Es enthält auch gute Kohlenhydrate anstelle von schlechte Kohlenhydrate, gute Fette anstelle von schlechte Fette zu essen. Um den Blutzuckerspiegel auf einem normalen und relativ konstanten Niveau zu halten, eine Person mit Diabetes Typ 1 Regel wird empfohlen, zu essen, Bewegung und jeden Tag etwa zur gleichen Zeit Insulin nehmen. Regelmäßige Gewohnheiten helfen Zuckerspiegel im normalen Bereich zu halten. Die Menschen sollten mit Typ 1 Diabetes bekommen regelmäßige Bewegung. Übung schützt die Gesundheit des Herzens und der Blutgefäße bei Menschen mit Diabetes, wie in jedem Menschen. Darüber hinaus hilft regelmäßige Bewegung den Blutzucker zu kontrollieren, indem Muskeln verursacht Glucose zu verwenden und nach unten Körpergewicht zu halten. Fragen Sie Ihren Arzt, wie viel und wann man am besten Kontrolle Ihres Diabetes zu trainieren. Hoffen Sie, wenn Sie einen Profi. Hoffen Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen plötzlichen Anstieg der Durst- und Harndrang auftreten. Unerklärlicher Gewichtsverlust sollte immer an einen Arzt gemeldet werden. Wenn Sie oder Ihr Kind ein Diabetes hat eingehen, sehen Sie Ihren Arzt regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie eine gute Kontrolle über Ihren Blutzucker halten. Sie sollten auch regelmäßig auf frühe Anzeichen von Komplikationen wie Herzerkrankungen, Augenprobleme und Hautinfektionen überprüft werden. Ihr Arzt wird wahrscheinlich vorschlagen, dass Sie auch andere Spezialisten regelmäßig besuchen. Diese können eine Fußpflegerin umfassen, die Füße und einen Augenarzt zu überprüfen, sie ihre Augen auf Anzeichen von Diabetes-Komplikationen zu überprüfen. Prognose Menschen in der Regel mit Typ 1 Diabetes anpassen schnell auf die Zeit und Aufmerksamkeit, die den Blutzucker zu überwachen, zu behandeln, die Krankheit und die Aufrechterhaltung eines normalen Lebensstil benötigt wird. Im Laufe der Zeit, ist das Risiko von Komplikationen erheblich. Aber es kann stark reduziert werden, wenn man streng überwachen und steuern Sie Ihren Blutzuckerspiegel.